Hi, schön dass ihr wieder reinschaut bei Yarafis 3 Minuten. Wir schauen uns heute von Silencium PC den Fera 3 HE 1224 an. Das ist ein preiswerter Kühler für 27 Euro. Gibt es aktuell bei uns bei Amazon. Was ihr dafür bekommt und ob der was für euch ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Fera 3 kommt dann in dieser Verpackung zu euch nach Hause. Darin ist alles enthalten, was ihr benötigt, um sofort loszusegen. Der Kühler passt auf alle gängigen Sockel. Dafür liegt auch besonderes Montagematerial bei. Hier immer eine Multi-Backblade. Besonders zu erwähnen, es gibt zwei Paar Lüfterklammern. Das heißt, hier können optional noch zwei Lüfter an den Kühler drangebaut werden. Einer ist im Lieferung schon enthalten. Ein weiterer eben dann dazu. Auch positiv natürlich wieder mal die farbliche Anleitung. Die ist nicht nur sehr schick bebildert, sondern hilft auch wirklich beim Montieren. Das ist schon mal einen fetten Daumen nach oben wert. Der eigentliche Kühlkörper, der sieht so aus. Misst in der Höhe 15,5 cm. Das heißt, der passt in alle Gehäuse meistens ohne Probleme rein. 4,6 mm Kupfer-Heatpipes mit Heatpipe Direct Touch sorgen hier für den Werbeübergang von der CPU an den Kühlkörper. Und was ich besonders cool finde bei dem Kühler, trotz des günstigen Preises, ihr habt hier eine schwarze Deckelplatte. Die sieht sehr schick aus, wenn ihr ein Sichtfenster im PC habt. Dann natürlich für Frischluft sorgt hier ein 120 mm Lüfter mit einem PWM-Anschluss. 600 bis 1500 Umdrehungen leistet der. Wie gesagt, optional kann hier noch ein zweiter dran montiert werden. Schauen wir uns die Kühlleistung kurz an. Das Ferra 3 ist natürlich interessant. Ist ja ein Kühler schließlich. Der bewegt sich hier im vorderen Feld. Das heißt, unter den Budgetkühlern hier eine sehr gute Leistung vom Ferra 3. Da gibt es absolut nichts dran auszusetzen, was die Kühlleistung betrifft. Bei der Lautstärke, da bewegt sich dann der Silencium PC Ferra 3 im Mittelfeld. Gar nicht dramatisch und im Diagramm seht ihr, wie das Ganze dann aussieht. Ja, abschließend bleibt mir zum Silencium PC Ferra 3 noch zu sagen. Kühlleistung sehr gut, Montage sehr gut, Lautstärke gut. Ansonsten 27 Euro kostet das Teil hier. Da gibt es absolut nichts dran auszusetzen für diesen Preis. Wem der Lüfter optisch nicht gefällt, der holt sich einfach in andere normale 120 mm Bührungen. Alles hier kein Thema. Gibt es aktuell bei Amazon nur leider. Könnt ihr euch aber dennoch mal anschauen, wenn ihr auf der SUO seid nach einem preiswerten und sehr guten Kühler. Das wäre es soweit von mir. Von mir kriegt der Kühler zwei Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefällt, dann natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.